Mal gucken, wie viele Taucher ich brauche. Ich sag 5. Das ist ein bisschen mehr als 5. Ja, ne? Potroth, was ist aus deiner Superverteidigung geworden? Gut, ich habe hier gerade einen Legii, aber... Potroth, du bist 1. Deine Base-Werte! War das nicht sogar 300 in den Verteidigungswerten? Das war auf jeden Fall sehr hoch. Alter, stellt euch mal vor, Potroth bekommt eine Weiterentwicklung. Wäre Potroth mit Evolid sowas von ekelhaft? Slowpoke. 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 Wäre die ja, ja. In Slow... Haslamus? Oder Flegmon? Slowpoke. Flegmon. Ja, ja. Man kann mir gegen einen Flegmon in den Kampf. Gracie Deer ist davon auch ziemlich enraged, dass es gegen so einen Pokémon kämpfen muss. Was kann ich levelend bekommen? Das ist toll. Du bist ein sehr spezieller Trainer. Ja, ja. 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 Das ist kein Berg. Das ist ein Turm. Ja, das kommt davon, wenn man es eins zu eins übernimmt alles. Weil der Büroberg in Rubin-Sophia-Smaragdi ist eigentlich auch ein Berg. Hier ist es ja ein Turm. Na ja, ich habe ein Stück Kuchen. Cool, ja! Okay. Dann halt nicht. Krass, hab wir ein Item. Komm, Kreisle, ja! Ich habe zwar jetzt gerade geschwenkt zwischen dir und Nini, aber ja, komm, Kreisle. Hau alles weg! Galat! Ist das Galagladi? Äh, wenn ja, dann gehe ich sogar Kuchen! 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 Ich hätte auch gern so ein Stück Kuchen. Schon nicht schlecht, ne? Ernsthaft. Ja, ernsthaft. Ja, ernsthaft. Voll fies, ey! Das war ein Stück Genese, Mann! Kuchen! Das hätte ich jetzt aber mehr von dir erwartet. Ich bin enttäuscht. Lass uns aber trotzdem heilen. Ja, beim Fangen hast du noch rumgeraged. Lass uns wieder aus der Hell! Benutzt doch nicht immer Recover! Nini! Ja, beim Funkville-Poko ist Recover auch egelhaft. Und leider versuch ich bin nocturnal. Ein Stück Verteidigungswerte, by the way, nocturnal. Kreisle! Das darfst du wieder machen! Ah, Kreisle so wunderbar! Oh! I've drawn in self-pity! Oh, ne Runde Mitleid! Ahahahahahahahahaha! Lass mich ahaha! Das heißt hehehe! Du siehst auch nicht viel älter aus. Jetzt schon. Ein wenig. Das ist kein... Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Nach oben! Jetzt kommt auch noch die ganze Zeit Spiegel-Cape! Ja, Abgangswunsch. Ne? Also ich muss ganz vorsichtig kämpfen. Alter! Und das reicht nicht. Es reicht nicht. Mach am besten nur Konter und dein Safeguard, was ich jetzt nicht im Deutschen weiß. Was kann ich tun? Genau deswegen kämpf ich nicht gerne dagegen. Da kommt es auch noch mit seiner Wegsperre! Als Willigkeit, wodurch ich nicht auswechseln kann. Ich weiß, dass hier keine Nas-Log ist. Ich weiß, wohin genau. Ja. Xatu! Haha! Ha! Ha! Flinch of Doom! Ich möchte gerne noch ein paar tausend Mal flinschen. Ne? Wieder runterlaufen. Kadabra! Ihr macht das Kreis wirklich zu leicht, wisst ihr das? Das reicht nicht für Level Up! Wisst ihr was? Ich laufe nicht noch mal runter. Kein Bock. Uuuuh! Ich habe keine Lust noch mal runter zu laufen. Ein Beleber verbraucht und Kreis drückt mir direkt den Beleber nochmal in die Hand. Hey, ich habe nichts verloren. Habe auch nichts gewonnen dadurch. Ja, ne? Bist du ein Horrorspiel-Fan? It's like a disease! When I'm here, I shiver with fear. Aber ich schwe- Ich schwe- Oh, ich spiele empfehlen. Oh, ja. Blablabla. Geistflug. 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 Ach du, einfach mal Newton. Guck, irgendwelche Gesteins-Attacken dabei. Ja, Shadow Ball. Das hätte Kuchen sehr wehgetan. Geistflug. 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 Geistflug- Ach nee. Chicken, wirst du gerade gesagt das Geistflug als Typ? Manchmal höre ich mir echt selber nicht zu. Schon schrecklich, ne? Ja. Will? Oh, wiss. Ja. Na komm, hier, V-Aussetzer. Uh, da kann ich meine Gegner verbrennen und verwirren. Nocturnal, du wirst so hinterhältig. Losing, I dislike. Tja, Schüttep, hennz, verwirkt das! Ernsthaft? Yay! Tschüss! Teacher, please watch over my progress! Ach, ist dein Lehrer tot oder warum sagst du das? Er sagt, sein Lehrer soll über ihn wachen. Über seinen Fortschritt, den er gemacht hat. Er ist gerade in einem Turm, wo tote Pokémon beerdigt werden. Das heißt, sein Lehrer war ein Pokémon? Add Sushi! Ja, Lucario! Ich will auch Lucario! Nö, nö, nö. Dazu bräuchte ich ja erstmal einen Schlurp, um es bei... Hast du ganz schön viel Schaden gemacht dafür, dass es nicht so tief war. Um es in dieser... ...Stadt mit dem... ...mit der Eis-Arena gegen einen Riolo zu tauschen. Das finde er ist mein Schlurp. Und du liebst ihn immer noch! Aber du machst doch bestimmt gleich nochmal dieselbe Attacke. Das heißt, du kannst dir selber eins aufs Maul hauen? Natürlich nicht! Jetzt machst du was anderes! Alter! So stark! Ich sehe effektiv! Und so viel Damage trotzdem! Teacher, please forgive me! Wobei, wie gut ist deine Verteidigung? 92! Ich weiß jetzt gerade nicht, wie hoch der Angriff von Lucario ist. Als ob du das bei irgendjemand weißt! Dich hätte ich reinschicken können! Aber das wäre auch genauso nicht so effektiv gewesen. So eine Close-Combat-Scheiße. Wisst ihr, was lustig wäre? Wenn ganz oben... ...was quasi in Doppelkampf reinrennen. Aber nein! Da spielen wir... Kramorx! Lässt mich nicht! So, danke für die Heilung! Auch wenn du mir Schaden gemacht hast! Du 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 du... When I'm here, a curious power flows into me! Lust your... Prins? Have no fear for I am here! Yeah! 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 Untertitelung des ZDF, 2020